Bleiben wir bei den Banken und ihren Kunden. Valerie Haller, die Verbraucherzentralen haben die Beratung bei Geldanlagen kritisiert. Was bemängeln Sie da? Sie bemängeln das, was Sie schon lange bemängeln, nämlich dass viele Bankberater eher verkaufen, was ihnen eine Provision einbringt und nicht, was am besten zum Kunden passt. Und häufig seien die Produkte deswegen zu teuer, zu riskant und zu unrentabel. Und Sie sagen, Schuld ist das System. Bessere und qualifizierte Beratung funktioniere nur, wenn Beratung und Verkauf getrennt würden. Wenn die Berater eine spezielle Qualifikation für den Job haben müssten, außerdem sollte die Qualität der Beratung von staatlichen Behörden überwacht und Verstöße sanktioniert werden. Wenn man das besser organisieren würde, hier ist der Gesetzgeber gefordert, könnte man den jungen Leuten eine Altersvorsorge ermöglichen, die locker doppelt so hoch sein kann, als das zu den heutigen Konditionen möglich ist. Die Banken setzen der Kritik der Verbraucherzentrale entgegen, dass ja fast 90 Prozent der Kunden mit der Anlageberatung zufrieden seien. Dafür jedoch müssten die Kunden die Produkte auch verstehen, die sie gekauft haben. Das tun sie aber leider häufig nicht. Auch das hat die Verbraucherzentrale herausgefunden. In Großbritannien gibt es übrigens ein Provisionsverbot für Finanzprodukte. Dazu hat sich die Politik bei uns noch nicht durchringen können. Das kann ich nicht.